Schwarze Rauchwolke Sportpark steht in Flammen Ronnenberg, in einem Sportpark in Ronnenbeck in der Region Hannover ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. Sicherheitskräfte bemerkten die Flammen gegen 2.50 Uhr in der Halle, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst brannte es demnach am ersten Stock. Später griff das Feuer auf das Erdgeschoss über, in dem sich ein Restaurant befand. Rund 150 Einsatzkräfte kämpften auch am Freitagmorgen noch gegen die Flammen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen. An einer benachbarten Schule fiel der Unterricht am Freitag aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.